Mein Name ist Friedrich Wurm. Ich male seit über 20 Jahren. Ich bin Quereinsteiger in die Kunst und bin mit meinen Maltechniken bzw. meiner Galerie, die ich in dieser Zeit gegründet habe, erfolgreich am Kunstmarkt gelandet. Und die speziellen Maltechniken und das Wissen, wie man als Quereinsteiger mit Kunst erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, haben mich dazu bewogen, das Franchise-Konzept Paint and Smile zu entwickeln. Was ist nun das Besondere an diesen Paint and Smile Maltechniken? Unser Slogan lautet ja, in jedem Menschen steckt ein Künstler. Und diese Maltechniken sind hervorragend dafür geeignet, unseren Malschülern zu vermitteln, das kreatives Potenzial in ihm wird. Was muss nun ein Franchise-Partner von Paint and Smile mitbringen? In erster Linie sage ich mal die Liebe zur Malerei, dann viel Empathie und er braucht auch ein wirtschaftliches Grundverständnis und muss wissen, dass nur mit viel Einsatz und den notwendigen Investitionen, gebart mit dem Know-how von Paint and Smile, ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden kann. Die Ausbildung zum Paint and Smile Malcoach verläuft eigentlich in drei Schritten. Zuerst eine fünftägige Grundausbildung, wo die Maltechniken vermittelt werden und auch ein Basiswissen über lokales Marketing. Dann gibt es regelmäßig die Möglichkeit für Updateschulungen in der Paint and Smile Zentrale in Linz oder bei erfolgreichen Franchise-Partnern. Und zum Schluss dann noch laufend Online-Videoschulungen, wo Franchise-Partner ihre malerischen Fähigkeiten noch verfeinern können. Wir wollen natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein. Da stellt sich die Frage, wer sind unsere Zielgruppen? Die wichtigste Gruppe sind alle Erwachsenen, vom Anfänger bis hin zum Hobbymaler. Dann entdecken immer mehr Firmen Paint and Smile als Event für ihre Mitarbeiter. Wir haben auch viele Gruppen, die zum Beispiel ihren Geburtstag im Rahmen des Paint and Smile Kurses verbringen. Wichtig für uns sind auch die Gruppe der Senioren, die ja immer mehr werden, viel Zeit haben und ihre Zeit sinnvoll verbringen wollen. Last but not least Paint and Smile Kids. Kindermahlkurse sind ein wichtiger Teil des Paint and Smile-Konzepts. Und natürlich nicht zu vergessen, jeder Franchise-Partner hat ja auch eine eigene Galerie und er kann in dieser Galerie seine eigenen Werke nicht nur vorstellen, sondern auch verkaufen. Werke nicht nur für eine Galerie, sondern auch für eine Galerie, sondern auch für eine Galerie, sondern auch für eine